Hallo zusammen, die Welt geht mal wieder unter und das ist für mich Grund genug, sich mal wieder vor das Mikro zu werfen. Diesmal geht die Welt unter wegen dem Bubble Tea. Für alle, die Bubble Tea nicht kennen, das sind im Grunde, ja grob gesagt sind das Milchshakes, die eine Grundbasis von Tee oder Milch haben und wo im Grunde kleine Gummibällchen reinkommen, die ein bisschen schmecken wie die Dinge von Haribo. Und diese Dinger sind seit ein paar Wochen wieder in den Medien, die sind ja so ungesund und jade, jade, jade. Okay, jedem Menschen mit einer halben Gehirnzelle dürfte klar sein, dass ein Milchshake mit Gummibärchen nicht unbedingt zu einem ausgewogenen Tages... Ja, ihr wisst, was ich meine. Was ich am interessantesten finde, sind die Kritikpunkte, die angesprochen werden. Da wäre zum einen, dass er jetzt eigentlich... Warte mal, ich zoome hier mal drauf, das ist sogar im Artikel hier drinne... Eigentlich besteht aus rein natürlichen Zutaten, mittlerweile werden aber auch Zusatzstoffe verwendet, für besonders für die Menschen, bla bla bla... Ihr seht ja, was da steht. Das Lustige ist, ich werde bisher in 10 verschiedenen Läden zum Bubble Tea trinken. Und ich habe darauf geachtet, was die benutzt haben. Mal einfach so aus Spaß wegen der Hysterie. Solange das keine Milch von dreiköpfigen Killerkühen oder Teeblätter aus Anbau in Chernobyl waren, sind das alles natürliche Zutaten. Bis auf die Tapioca-Perlen oder sonstige Perlen ist alles vollkommen natürlich. Das ist natürlicher Tee, der mit normalem Wasser aufgegossen wird. Natürlich wieder mit Extrakten und bla, aber das einzige Chemische daran sind die ganzen Konservierungsstoffe und ein paar Geschmacksverstärker. Wenn man nach der Logik geht, müsste man Ketchup sofort verbieten. Genauso wie Cola, Limonade, Jade, Jade, Jade und dann hätten wir einen Volksaufstand. Das Allerlustigste an der ganzen Sache ist, es wird vermutet, dass die Sachen giftig sind. Weil es einzelne Stoffe gibt, die in bestimmten Dosierungen giftig sein können. Und das heißt, wenn man hochgerechnet pro Tag etwa 20 Bubble Tea trinkt, könnte man vielleicht an der Vergiftung sterben. Ich würde aber sagen, wenn man am Tag etwa 20 Millishakes mit Gummibärchen drin trinkt, stirbt man eher an einem Herzinfarkt. Oder allgemein an Fettleibigkeit. Was hier von den Verbraucherschützern für komplett alberne Scheiße rangezogen wird, geht mir tierisch auf die Nerven. Nach demselben Prinzip können die nach McDonalds gehen und sagen, Alle Burger, Fritten und so weiter, die hier sind, müssen verboten werden. Wenn man 20 von den Frittenpackungen isst, was sehr viel wahrscheinlicher ist, als 20 Bubble Tea zu trinken, stirbt man einer Salzvergiftung, so viel Salz wie da drin ist. Ich glaube nicht, dass irgendein normal denkender Mensch einen McDonalds oder einen Burger King oder sonst irgendeinen Laden schließen würde. Nur weil man, wenn man es darauf anlegt, sich mit den Sachen umbringen kann. Nach demselben Prinzip könnte man dann auch gleich, was denn sonst, Lidl dicht machen, Familia, Aldi, Jada, Jada, den ganzen, ihr wisst was ich meine. Man kann alles dicht machen, wenn man nur genug nach Fehlern sucht. Alles, was hier in diesem Artikel als chemische Zusatzstoffe angeprangert wird, sind vollkommen natürliche Aromen. Alles, was hier als giftig angeprangert wird, sind solche schönen Sachen wie zum Beispiel Meersalz. Ja, Kinder, wenn ihr das Meer austrinkt, dann werdet ihr vielleicht vergiftet. Ihr kriegt selbstverständlich wahrscheinlich irgendeine schreckliche Krankheit, aber vielleicht werdet ihr vergiftet. Und der größte Knaller kommt jetzt. In Taiwan gibt es die Dinger seit 30 Jahren. Und in Taiwan werden nach aktuellen Studien für jeden Einwohner pro Jahr etwa 170 Becher gekauft. Ich habe keine großen Bevölkerungssterbenraten oder Massensterben in Bubble Tea Liden in Taiwan gesehen in den letzten 30 Jahren. Meine Vermutung ist, McDonalds hat die Scheißdinger rausgebracht. Hat da wahrscheinlich Chemie reingekloppt bis zum Kotzen. Und jetzt stürzen sich alle auf diese McDonalds, Chernobyl, Bio-Leg Scheißkackdinger. Tut mir leid, ich muss viele Kraftausdrücke benutzen. Ich bin gerade ein bisschen aggressiv deswegen. Und setzen das mit allen anderen Bubble Tees gleich, die eigentlich komplett natürlich sind. Das wäre etwa so, als wenn ich ein Brötchen nehme, es aufschneide, eine Wurst reinlege aus Eigenproduktion. Und diesen Burger dann teste und sage, hey, das Fleisch ist scheiße. Und dann sage, alle Burger dieser Welt bestehen aus scheiße. Es ist schön, wenn ich sauber werde. Übrigens noch eine kleine Ankündigung in persönlicher Sache. Ich ziehe diesen Freitag am 7. September 2012 um. Ich weiß noch nicht genau, wann ich wieder Internet bekomme. Und ich möchte auch nicht unbedingt, dass meine Mitbewohner mich sofort für einen Wahnsinn liegen halten, weil ich mit mir selber rede. Das heißt, die nächsten Videos könnten ein bisschen auf sich warten lassen. Aber seid ihr von mir gewohnt. In dem Sinne, bis denn denn.